So, willkommen bei Wawa Pfeffermühlen, diesmal eine andere Perspektive und zwar ich habe neue Mühlen bekommen von der Monika Gross-Meinhardt, die mir eine Sonderedition immer gestaltet und zwar die heißt Monika's Choice. Diese Serie, die aus 20 Mühlen besteht, heißt Superhelden und zwar eine, das ist eine Sports Edition und diese Mühlen von Monika's Choice sind mit Stoff bezogen und in diesem Fall sind das Sportdressen. Man kann da ganz gut die Farben von FC Barcelona erkennen, Fußballdress, aber es gibt auch Fahrrad, Bikewear und diese Mühlen sind natürlich Einzelstücke. Dabei hat sie einzelne, teilweise alte Trikots gekauft und damit die Mühlen bezogen, maßgeschneidert natürlich. Und diese Serie Monika's Choice Superhelden gibt es jetzt bei Wawao, wie gesagt limitiert auf 20 Stück. Ich bin gerade dabei beim Zusammenbasteln. 20 Stück und wir werden sie alle auf die Webseite stellen, ist eine Sonderedition der Extraklasse. Ja, das muss man natürlich auch dazu sagen, diese Mühle ist ausgestattet mit einem Wawao Edelstahl-Mahlwerk und funktioniert natürlich wie alle anderen Mühlen vom Wawao Tarde los, hält für die Ewigkeit und zum Thema Ewigkeit, diese Dressen, also diese Stoffe sind noch behandelt mit Firnis zum Schutz, also man kann sie auch in der Küche verwenden, man kann sie leicht reinigen. Und was gibt es noch dazu zu sagen? Ja, diese Edition, da es ja was Besonderes ist, sind auch mit einem Zertifikat, das mir die Monika gemacht hat, ausgestattet. Jetzt schauen wir mal, ah, da haben wir FCP, was kann das sein? Da steht dann für Wawao Pfeffermühlen, Patraces, Nummer 18, WW, WW steht für Wawao, Nummer 14, also dieses Zertifikat würde quasi zu dieser Mühle passen. Die da, die ist auch super, bitte, das ist zu beachten, ein italienisches Fußballdress, also eine Sonderedition von Wawao Pfeffermühlen, Superhelden, firmiert unter Harmonikas Choice, zugreifen. Sie sind nicht ganz billig, aber dafür was Besonderes.